Hallo, willkommen zurück bei Curl's Daces und dieses Mal mit einem etwas längeren Part als der von gestern, sag ich mal. Oder vom letzten Mal. Der letzte Part war ja nicht gestern. Nämlich ist es bis Wochenende, Wochenende bin ich halt so... Boah, hab ich halt so Lust zum Part zu machen. Er ist nicht hier. Levi. Mazira. Tod. Navrotski. Nureyev. Vermisst. Tataurov. Tataurov. Notarussen. Hier. Hier ist er. Undakov. Uriasov. Firulin. Hakimov. Undakov und Hakimov sind in den Maschinenraum zurückgeblieben. Hm, da geht's nicht weiter. Wo sind sie jetzt? Nicht hier. Severov. Sherkamov. Ilyashev. Hier. Wird es alle? Nein, Ilyashev. Yuri, gehen. Ja, du gehen. So sieht es aus. Das Hauptquartier kennt unsere Lage und startet eine Rettungssektion. Wir bleiben in Kontakt, solange das Funkgerät funktioniert. Die Ventile sind geschweißt. Zweite Strang wird lange brauchen, um abzukühlen. Also werden wir es eine Weile warm haben. Was die Lebensmittel betrifft. Nun zum dritten Mal. Da. Barbuhin. Hä, was? Dobrobovski. Ich weiß nicht, Trabalovski-Genosse. Jerashev. Sobatschow. Kajekcin. Ah, hier geht's weiter. Jetzt halt doch die Klappe. Kann dir mal jemand die Fresse einschlagen? Ah, ich schätze jetzt nicht weiter. Ja, ja, komm, nerv nicht. Halt die Fresse. Ich bin hier beschäftigt. Wo sind sie jetzt? Ah, die rauchen wohl. Oder ist das die in Zigaretten zu schaffen? Mal, warte, fläffen an, sollte. Flästigt man's dann? Kimmel... Kimmelrappettin. Na. Ja, Doreen. So sieht das aus. Der nervt. Der Hauptquartier kennt unsere Lage. Ich dachte schon, hier geht's runter. Ey, nach unten. Wie ist hier getroffen? Wie ist hier getroffen? Bist du denn, dass du quasselst? Das ist ja ein doppelter Grund, dass ich hier jetzt töte. Bäm. Lebst du noch? Let's rollin, rollin, rollin. So, geht's ja weiter. Oh, ich bin zu behindert. So. Wie kommen wir jetzt da hoch? Das hier vielleicht aktivieren? Aha. Naja, genau. Kinderleicht. Und hier ist es heiß. Erst mal wärmen. Okay. Und jetzt, ähm... Laufen wir da mal lang. Du! Ey, kannst du mal stillhalten? So. Warte, warte. Ich hab auch... Nein, keine Munition. Ah. Okay. Es ist die, was wir hier gerade verschwindet haben. Okay, die hat kein Magazin mehr, beziehungsweise Munition. Jetzt müssen wir wieder die alten nehmen. Das ist unsere erste Schusswaffe, die wir hatten. Was mir auffällt, wir haben gar keine von denen mehr. Kein Magazin zumindest. Es ist jetzt keine Munition. Bam in your face. Bam in your face again. So. Oh, hier ist es sehr warm. Sehr schön. Cool. Und wir haben wieder die Munition von dieser Waffe. Geil. Ah, da ist der Hausmeister. Hausmeister, zurück an die Arbeit. Hausmeister. Hausmeister. Haus. So. Jetzt hat er jetzt das. Nun davon. Scheiße, dass da keine Waffe droppt. Ah. Ach, shit. Natürlich musste man die Leiter runter senken. Jetzt will ich nicht alles von vorne machen. Ah, gut. Wir sind hier. Okay. Das geht ja. Haha. Ich hab dich getötet, Alter. So. Wenn wir schon dabei sind. Hier wieder ein bisschen Wärme. Okay. Nur noch viel Schüsse. Und da ist der Hausmeister. Hausmeister. Ah, doch nicht. Doch noch nicht der Hausmeister. Das ist ein, ähm, Praktikant, sag ich mal. Was machst denn du? So. Das ist aber ein neues Magazin. Bei uns sind die viel besser aufgehoben, als bei den Zombies. Ich wundere mich, dass Zombies überhaupt mit Waffen umgehen können. Hier ist der Hausmeister. Hausmeister. Hausmeister, geh weg. Geh weg. Hausmeister. Ich mein's ernst. Bleib weg. So, bleib liegen. Ja, gut. Jetzt machst du immerhin den Boden sauber. Was ist mit dem los? Hm. So, okay. Jetzt nicht wieder runterjumpen, sondern hier erstmal die Leiter senken. Oh, wo man da eigentlich runterjumpen könnte. Man stirbt der ja nicht. Der überlebt Schüsse von der Waffe, aber so einen kleinen Jump aus einem Meter Höhe überlebt er nicht. Also, das ist doch mal ein schlechter Scherz. Na gut, das mal zwischendurchladen. Und Tür offen. Okay, wo sind wir hier jetzt? Aha, aha, aha. Interessant. Und wieder automatisches Türschließsystem. Hier ist es sehr kalt. Ich lasse hier erstmal aktivieren. Vielleicht wird da irgendwas aktiviert, was warm ist. Ah, die Lampe. Na gut, wir sind schon auf volles Maximum. Hier geht's auch um den Tempel. Ah. Nein. Der Holzweller ist wieder da. So. Ohne Leben zu verlieren. Like a boss. Aber hier ist es kalt. Ah. 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 Kalt, kalt. Ah. Wo geht's weiter? Nein. Ah, hier frier. Hier, scheiße. Ah, hier geht's nach oben. Ah, zum Glück. Ah. Hier ist ne Vision. Ah. 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 Oh, kalt. Wie sich man das mag. Der ist wahrscheinlich jetzt in der Runde oder so. Hallo. Ah, hier geht's nicht weiter. Scheiße. Hier geht's nicht weiter. Ah. Oh, oh. Das explodiert gleich, glaube ich. Na, komm schon. Ah. Na gut, ist nur Feuer. Ich hab Glück, dass es kein, äh, Zombie ist, ne? Feuer ist ja noch in Ordnung. Es ist kalt, da sollten wir vielleicht nicht durchgehen. So, jetzt. So, und was muss ich jetzt machen? Weißt du, was machen muss, Kollege? Was machst du da? Ich schließe das Ventil der dritten Turbine. Stellen Sie das Löschsystem auf manuell. Äh, was? Aufpassen. Was hier? Meinst du das da? Ne. Was meint der? Ich hab keine Ahnung, was der meint. Feuer. Feuer. Du machst auf Heißt, doch verbrennst dir die Hand. Hm. Ich bin noch nicht gestorben. Hm, scheiße. Du machst auf Heißt, doch verbrennst dir die Hand. Ach, du Pumpe, ist es nicht. Krämpfer der Geschichte. Wir stecken alles in Brand. Feuer. Feuer. So, jetzt wieder warten, bis es hier erloschen ist. Das Feuerlöschsystem wird aktiviert. Hm. What I must do now? Do you know what I must do now? With my very good English. Das würde ich lassen. Ich schließe das Ventil der dritten Turbine. Stellen Sie das Löschsystem auf manuell. Oh, okay. Wie kam ich hier noch rechtzeitig durch? Haben wir jetzt gewonnen? Haben wir das Spiel jetzt durch? Ja, das Wasser löscht das Feuer. Okay. Nice. Hier ist Wärme. Okay, jetzt haben wir wieder volle Wärme. Jetzt können wir weiter durch diese kalte Dings da durch. Diesen kalten Ort. Wobei, jetzt ist es hier nicht mehr so kalt. Vielleicht liegt es an der Vision, wie wir gerade geschafft haben. hmmm. Geht's hier weiter? Oh, komm mal da her. Hier scheint es weiter zu gehen. Ich wüsste auch keinen anderen Punkt, wo es weitergehen würde. Okay, wo sind wir hier jetzt? Aha. Ja, hier waren wir schon. Genau. Aber ich gehe mal zurück. Vielleicht finden wir ja was. Na, da kommen wir her. Also, ja. Also, das ist mir die Missige hier geht's nicht weiter. Ist mir auch ein bisschen unnötig, wieder zurückzugehen. Also, gut, gehen wir hier wieder weiter. Da-dam. Hmm, nachdenken. Nachdenken, Kevin. Es ist ein Horror-Shooter mit, ähm, Nachdenk- äh, Zeugs drin. Hm, ich glaube, ich gehe jetzt weiter. Naja, schauen wir mal. Wir haben ja nichts zu verlieren, außer unser Leben. Ach, du Kacke. Ja, mal ziehen, Junge. So, zieht man. Warte, warte, stillhalten. Habe ich dich erwischt? Erwischt. Oh, fuck. Jetzt kommt sein Kollege. Ach, so viel Leben haben auch nicht mehr. Ein Schuss, ein bisschen down. Ach, Schitz, keine Munition mehr. Oh, erstmal, wärme. Mir ist scheißkalt. Na, jetzt kommt schon Leck. Ah, jetzt aber. Hier ist es wärmer als, ähm, da. Da kommt wohl die Wärme direkt aus dem Horror raus. Ach, warum leckt es jetzt? Ich habe alle Anwendungen geschlossen, bevor ich angefangen habe, den Part aufzunehmen. Hä? Ich will nicht ziehen, ich will einen sammeln. Habe ich schon einen gesammelt? Ich sage jetzt mal, ja. So, der hat eine Waffe. Ja, die hat keinen Schuss mehr, schade. Ich nehme mal die Waffe, die ist eigentlich ganz gut. so, ähm, was ist das? Oh, hier kommt es nicht wärmen. Komm, den Schraubenschlüssel nicht zur Verteidigung nehmen. na gut wir haben ja eine axt wofür brauchen wir dann jetzt einen schraubenschlüssel okay diese ort sind ziemlich und scheiße nicht der das ist einer der stärksten gegner im spiel wo ist er da ist er warum muss ich jetzt ausgerechnet nachladen wie viel leben hat der das ist ja unheimlich also dieses spiel wird langsam kann man sich irgendwo wärmen hier ist eine vision das öl brennt bereits und wasser löscht es nicht wir müssen den brandhämmer aktivieren aber er leckt und warum ja so mir leckt es auch adapter brauchen aber einen der nicht defekt ist suchen sie dort in der ecke nach matria ich denke wir könnten einen herstellen okay an die erinnere ich mich das ist eine der coolsten visionen finde ich so eine der coolsten jahre visionen genau passt das hier müssen jetzt schnell sein bevor hier der nebel uns tötet da kommt schon schneller schneller okay ja ja sie scherz hier warum denn das hier wo ist der nebel der ist bereits hier bei der wettbank ja ist schon klar das schlecht ist mach hin mach hin los so und jetzt hier ja hier ich mache es selbst fertig viel glück hoffentlich stirbt nicht dabei ist nicht schafft das er hat es geschafft okay ich komme noch bei ihm beim ersten mal hatte ich kein teil was ich da machen musste so wo sind wir denn hier jetzt es ist dunkel oder ne ich komme daher keine ahnung ist auf jeden fall licht aber keine wärme leider ne nachladen nein hier geht es weiter okay gut dann mache ich jetzt schluss und sei bis zum nächsten part leute servus abonniere abonniere abonniere